Türken treten auf 26-Jährigen ein. Mehrere Brüche im Gesicht. Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Tötungsdeliktes. Weilheim. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstag kam es am Rande einer privaten Feier zu einer Auseinandersetzung, in dessen Folge ein 26-Jähriger schwer verletzt wurde. Dabei gab es einen Streit zwischen dem 26-Jährigen und zwei 24 und 26 Jahre alten Türken. Der Streit schien geschlichtet, die Türken fuhren anschließend davon. Nach einer kurzen Wegstrecke wendeten sie jedoch und fuhren mit hoher Geschwindigkeit zurück. Die beiden Türken sprangen nun aus dem Wagen und gingen laut Polizei gemeinschaftlich auf ihr Opfer los. Mit Faustschlägen und Tritten brachten sie den jungen Mann zu Boden und sollen danach auch noch mehrfach auf seinen Kopf eingetreten haben. Ärztliche Untersuchungen ergaben, dass sich der 26-Jährige bei dem Angriff mehrere Frakturen im Gesichtsbereich zugezogen hatte. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse von Kripo und Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags gestellt. Die beiden Türken wurden am Dienstag festgenommen und im Laufe des folgenden Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Anträge bestätigte. Die Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.